Hallöchen, Popöchen und hallo und herzlich willkommen und hallo und was geht ab und wir sind wieder hier live dabei beim Let's Play Minecraft. Hier oben haben wir letztes Mal angefangen eine Bibliothek zu bauen mit unseren drei eleganten Bücherregalen und ich wollte eigentlich hier noch kurz auf Easy stellen und die Render-Distenze auf Short. Und dann kann es auch gleich schon weiter gehen, weil wir sind ja heute wieder am Start und eventuell wird nachher noch vielleicht sogar ein Gast zu uns stoßen. Selber zugestoßen hat er noch nicht, aber er wird es wahrscheinlich noch machen und ich höre Wasser. Achso, das ist ja von unserem Brunnen dort unten. Was ich als erstes, du musst noch anschalten, ne? Hallo! Bist du jetzt zu uns gestoßen? Ja, ich bin zu euch gestoßen. Hast du selber schon mal zugestoßen? Nein, leider noch nicht. Hab ich gerade eben schon erwähnt. Das Zustoßen? Ja, dass du noch nicht zugestoßen hast. Okay. Dann stoß mal du weiter. Ich stoße jetzt mal weiter, okay? Also das können wir hier auch ganz deutlich sehen. Coole Lederkappe, gell? Ich stoße mal weiter ein bisschen. Ja, Minecraft FSK 18, meine Damen und Herren. Ihr wisst es ja schon. Guck mal, ich hab eine Bücherei gebaut oder angefangen. Oh, okay. Ja, mit drei Bücherregalen, weil die blöden Minecraft-Erfinder jetzt hier irgendwie so einen Scheiß, dass man für Bücher jetzt auch noch Leder braucht. Was? Ja. Voll der Rotzke. Scheiß 1.3, ne? 1.3.2. Bitte ausmachen, dankeschön. Und bitte nicht in mein Sichtfeld stellen, das ist auch gut. So, wo gehst du jetzt hinten? Ich hol bloß die Künstler. Nee, klar, natürlich, die Scheiß-Puderzucker-Scheiße da an mir abschmieren, das ist ja wohl wieder klar. Äh, äh, Türe. Ja, dankeschön. So, wir waren ja dabei, bei was weiß ich gar nicht mehr. Äh, wir wollten die Bücherei bauen, dann weiß ich auch gar nicht mehr weiter. Ich möchte nicht mit Zahnpasta. Also er hat einen Donut gegessen. Ich müsste probier' den. Der schmeckt, der schmeckt wirklich wie Zahnpasta. Okay, also, ja, wir haben gerade einen Donut gegessen, der nach Zahnpasta schmeckt. Liste, Alex, jetzt haben wir den Punkt in der Liste auch abgehakt. Igitt. Auf ein Auto drauf, oder? Also ihr merkt schon, ja, du musst bloß hier hochdrücken. Ja, es ist schon dran. Hallo. Ah, und da hören wir auch ein Ziel, äh, Sprachstörungen. Ein, wie nennt man sowas? Ein zierliches Stimmlein, genau. Ich wollte gerade sagen, es ist ein zierliches Stimmlein. Und, ähm, Alex, guck mal, hier hat ein Creeper ein Loch in die Wand gefressen. Das schmeckt genauso scheiße, hab ich Hunger. Schmeckt halt nicht nach Zahnpasta. Ist es an oder auf? Das ist an. Ähm, wenn es nach oben ist, ist es an, wenn es nach unten ist, ist es aus. So ist es aus, so ist es an. Frau nur Technik. Also wir sind heute zu dritt, haben leider nur zwei Mikrofone. Ist von... Wow, mein Handy. Jetzt wirf dir da auch noch fast mein Handy runter. Das ist ja besser, wie das gleichzeitig kacken. Was, gleichzeitig kacken? Also wir hatten es gerade eben vom Kacken. Ähm, was wir eigentlich machen wollten, war die Bücherei, ja genau. Oh Gott, ich schieb hier, ähm. Aber der schmeckt so scheiße in der Hand. Ja, da ist, da ist trinken, Dana, gell. Also aufpassen, ne. Wo? Ja, da, wo hinten, ne. Oh. Wo sind Gläser? Nein. Nein. Sag mal was. Äh, ich muss dir gerade mal kurz das Kabel ein bisschen anders verlegen. Äh. Nein, sie kommt nicht. Achso, hast du gefurrt? Er kommt nicht, meine Damen und Herren. Ja, überall, ähm, Puderzucker. Wieder Züge, äh? Ähm, was wollten wir machen? Äh. Alex, hast du die letzte... Alex, das Unwurteil ist doch eh schon dreckig. Alex, hast du die letzte Folge angeschaut? Weil ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Äh, ich warte noch mal ein bisschen rein. Siebenundvierzig. Ja, ja. Rechtsradikale Pädophile. Hm? Ah? Oh, ein Ei! Ich hab schon den Namen für die Folge. Ja. Ja. Ah, ja, das ist gut, gell. Ahn, aus. Ahn, aus. Hallo, du blödes Hühnchen. Ich hab letztens dem Huhn und seine Eltern getötet. Ist das laut, ey? Und hab mich danach, ähm, äh, schuldig gefühlt. LIMETTE! Was, LIMETTE? LIMETTE? Was, was unzusammenhang Besseres kann man ja nicht sagen. LIMETTE! 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 Das Getränk des Jahres. Alex, wie sollst du Kürbisse? Aha. Wie soll ich keine Kürbisse hab? Weil ich noch keine Kürbisse... Alex, bitte! Rein Einsatz! LIMETTE! 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 Bitte ausmachen. Nicht mehr benutzt. Arschlich. Ähm, jetzt bin ich eigentlich gar nicht dabei, irgendwas zu erzählen, weil ich jetzt hier einfach nur mein, 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 mein Arsch ablach so ein bisschen. Ihr kennt dieses Gefühl. Wenn ihr meine, meine Folge natürlich schaut. Ein bester Freund wird immer, nachdem er sich den Arsch abgelacht hat. Ja, das ist klar. Das ist, glaube ich, Brodkot Nummer irgendwas. Uiuiui, der war aber ganz schön heftig. So, als wir sind dabei zu pflanzen. Was? Ich? Ich auch. Ach, wir stehen eingesprungen. Hä? Ich zieh mich gleich aus, Mann. Hör auf! Hör auf! Ich zieh mich aus! Oh Gott. Nur mal. Und es kommt wieder einmal, Achtung. Drei, zwei, eins. Danke. Ich, mach's bitte wieder aus, wenn du fertig bist. Achso. Es war aus. Alex. Ach, ja, ja. Ähm, wir, ich laufe einfach gerade bloß so unzusammenhanglos rum, weil ich... Sie schmecken beide scheiße. Wie schmecken sie wohl zusammen? Also die Donuts schmecken beide scheiße, auf ihm schmecken sie zusammen sehr gut. Ähm, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Ähm, die Bücherei wollte ich machen. Und mir ist gerade was eingefallen, was ich eigentlich auch noch machen wollte. Das schmeckt, glaube ich, nicht so gut, was er da isst. Pilze, Jungle Seeds... Was? Was? Nein, das schmeckt ganz gut, wenn ich die da ist. Cool. Also ich hab hier so ein paar Fenzes. Und zwar für meinen Garten hier außenrum. Mein Garten, der... Mein Garten, der in der Luft schwebt. Hey, was ist hier passiert? Hört auf, mich zum Lachen zu bringen. Wollte ich das hier zumachen? Äh, bloß nicht. Also, wer die Geschichte nicht kennt, die kann eigentlich auch niemand kennen. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Ähm, es war mal so... Halt die Fresse! Nein, ich höre nicht auf. Ähm... Oh, ich bin runtergefallen, ich voll Idiot. Ähm, und zwar war das so... Wir saßen... Wir saßen grad... Macht das Trinken bitte weg, ne? Stell das fucking Trinken weg! Alex, check! Wir sind einfach Umschlagbar in diesen Sachen, äh... Alex! 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 Furz mal bitte kurz! Alex, furz mal bitte kurz! Furz mal bitte kurz ins Mikro! Ich geht Alex! Äh... Nein, Alex war das... Oh, 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 bitte! Oh, jetzt furzt sie hier auch noch. Ich bin... So, äh, ich geht's... Oh, du hast mal gespuckt, ey! Ich? Nee, nee, nee! Achso, ich... Ich dachte, ich denke schon, warum reden die die ganze Zeit mit mir? Ich mach doch auch mal was richtiges, ey! Opfer! Oh, das hat auch Spucker auf einmal uns. Fick dich! Das ist so ein Running Gag bei uns, weil hier das... Ähm, ja, das hängt hier. Nee, nee, da hat der Reinkopf zu der anderen reingepotzt, aber will ich... Ja, war ne coole Sache. Ich laufe immer die ganze Zeit einfach so rum, ohne irgendwas zu machen, eigentlich. Deine Haare kitzeln. Was? Achso. Ich hab verstanden, du hast einen haarigen Kitzel. Alex. Puda. Weißt du, was voll übel ist? Was? Du rübsen musst und lachen musst gleichzeitig. Sprich bitte hier rein. Ich wiederhole. Klack. Oh, schade. Klack. Es ist schlimm, wenn man rübsen und lachen gleichzeitig muss. Dann drückt das so auf den... Keine Ahnung, wie man das nennt. Äh, Hals. Epilepsis. Nennt man das Hals? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie man das nennt. Ich würde mal sagen, eine Mischung zwischen Hals und Bauch. Hals. Keine Ahnung. Du sollst es ausmachen, du Depp. Gell, du sollst es mal ausmachen. Ich glaube, es wird dunkel. Männer und Technik. Kannst du es bitte anlassen und vielleicht einfach sprechen, weil das kommt gut. Ähm. Eigentlich wollte ich raus und die Fenster setzen. Habt ihr noch so ein paar Berliner, Alex, oder so? Äh, ja, einer ist noch unten. Ja, hol mal. Äh, ich... Nein, wirklich. Ja, okay, ähm, weißt du, was du machen kannst? Was soll ich machen? Hol deinen Berliner selber. Hol den Berliner. Nein. Doch. Nein, hol ihn selber. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier gerade mache. Du verwirrst mich. Äh, ich hab einen Penis. Nein, echt? Sprich bitte hier rein. Ich habe einen Penis. Sagt er und verwirrt es sich selber. Das sieht lustig aus. Mach mal so. Hey, sieh den Alex. Äh, äh. 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 Ich würde sagen, ihr verpisst euch jetzt einfach mal, dass ich hier in Ruhe aufnehmen kann, ne? Ne, Scherz. Alex, du hast Hunger. Ich hab Hunger. Oh, ja, ich hab Hunger. Ähm, Rottenflash. Ein Brötchen hab ich noch. Brot für die Welt. Und ein Brot für ein Alex. Wieso lauf ihr denn jetzt? Ist der Druck. Ich geh jetzt schlafen. Penis, 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 Penis... Penis, 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 Penis... Dass das so kleben bringt. Und da fällt das Mikrofon den Boden hinab. ich fresse millionen also ich fühle mich irgendwie behindert hallo heute habe ich aber eine richtig gute aufnahmefrequenz muss ich sagen guck mal hier das ist meine aktuelle monsterfalle also die die eh nicht mehr lange monsterfalle sein wird weil ich das ja nicht wegsprengen wollte hey ihr fotzen wollt ihr mal ein bisschen fotze lecken geld ich sehe den honeypot wo ein zombie jetzt habe ich sogar müll auf dem boden wie bin ich froh auch künstliche lecker stimmt aber ausgebrochen also ich war gerade eben dabei ist zu erzählen dann wurde ich unterbrochen ein schul am arsch ja wie alles hier kaputt gemacht worden ist von wegen also von wegen angeblich angeblich ich brauche erde da komm mit mir runter wir gehen den Donner von wegen ähm ja sie gehen jetzt endlich das heißt ich kann endlich ungestört aufnehmen ähm hey die haben irgendwas geklaut das zeug kostet geld klaut ihr mein parfüm äh ein